Österreich ist fast zur Hälfte von Wald bedeckt. Ein Drittel davon gilt als Schutzwald, der Häuser und Siedlungen, Gewerbeflächen und Infrastruktur, aber auch Kultur- und Naturgüter in Österreich vor Naturgefahren schützt. Objektschutzwälder, wie hier im Mölltal, vermindern Steinschlag, verhindern die Entstehung von Lawinen im Winter, vermeiden Rutschungen und speichern abfließendes Niederschlagswasser. Aber nur ein intakter Schutzwald kann seine Aufgaben auch vollständig erfüllen. Dazu benötigt er eine besondere Bewirtschaftung. Standortangepasste Baumarten in ausreichender Anzahl sowie Eingriffe zur Förderung der Verjüngung sind besonders wichtig. Ein dem Lebensraum entsprechender Wildbestand sorgt für die ungestörte Entwicklung der jungen Bäume. Kahlflächen, wie hier nach dem Sturm Weyer 2018, müssen schnell wieder bewaldet werden. Das vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus initiierte Aktionsprogramm Wald schützt uns, bildet die Grundlage für einen nachhaltig stabilen und klimafitten Schutzwald. Weitere Informationen unter www.schutzwald.at Untertitelung des ZDF für funk, 2017